Hallo, Doppelpiece, hier ist wieder Tanz-Support und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren ASMR-Video von mir. Viele haben sich eine zweite Version gewünscht und ich dachte mir einfach mal, nachdem ich es lange nicht mehr hochgeladen habe, lade ich es einfach mal wieder hoch. Ich muss mich entschuldigen, ich besitze leider kein 360-Grad-Mikrofon, also kann ich mich nicht wie ein Idiot hier machen, sondern ich kann nur in einer Position bleiben. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein so besinnlicher Saat. Es ist einfach nur unbeschreiblich. Es ist einfach wunderbar. Das ist ein Stream Deck. Oh, die Sounds, die sind so schön. Oh, die sind so schön. Ein wunderbares Stream Deck. Oh, das ist so schön. So, nun kommen wir zu etwas, was mich privat auch sehr doll beruhigt, wenn ich es anfasse. Okay. 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 Ein unglaublich beruhigendes Geräusch. Gut Leute, das war es heute mit meinem ASMR-Video 2.0. Wenn es euch gefällt und ich diese ganze Sache noch etwas professioneller angehen soll, dann schreibt mir das einfach unter die Kommentare und ich werde mich darum kümmert, mir ein Mikrofon zu besorgen, mit welchem man professionellere ASMR-Videos aufnehmen kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Euer Tanzverbot. Ciao.